David Jackson geht den nächsten Schritt und verteilt den ersten Bachelor-Kuss. Der Content-Creator sucht derzeit im TV nach seiner großen Liebe. Vor allem Kandidatin Lisa Mischke hat es dem Model angetan. Bei einem gemeinsamen Date in der vergangenen Woche gehen die beiden bereits auf Tuchfühlung. Auch in der aktuellen Folge will der Rosenkavalier noch mehr Zweisamkeit mit der Potsdamerin verbringen. Im Gespräch kommen sich der 34-Jährige und die hübsche Brünette dabei immer näher und küssen sich nach einigen liebevollen Berührungen schließlich zum ersten Mal. Für Lisa war der romantische Schmatzer der perfekte Moment. Für die große Liebe braucht es für sie allerdings noch mehr, wie sie Promiflash verrät. Ich habe unsere gemeinsame Zeit und die körperliche Nähe sehr genossen und mich sehr wohl gefühlt. Eine besondere Zuneigung war auf jeden Fall da, aber Gefühle habe ich bisher nicht aufgebaut. Wie es weitergeht, bleibt also spannend. Immerhin wird es damit bestimmt nicht beim einzigen Bachelor-Kuss bleiben.